Bei der Bundestagswahl am Sonntag stimmen Sie darüber ab, wie es im Land weitergehen soll. Bleibt es bei Hartz IV, dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan und der großen sozialen Ungerechtigkeit? Sie haben eine bessere Wahl, die Linke. Die anderen Parteien werden auf das Ergebnis der Linken achten. Bleibt die Linke stark, werden auch die anderen Parteien sozialer werden. Die Linke ist auch nach der Wahl sozial, auch wo sie Verantwortung trägt, hat die Linke gezeigt, dass man sich auf sie verlassen kann. In Hessen und in Berlin hat die Linke die Studiengebühren abgeschafft und in der Hauptstadt mit öffentlicher Beschäftigung viele vernünftige Jobs geschaffen. Die Linke traut sich was, denn sie bekommt, anders als SPD oder der Union, keine Spenden von Banken und großen Konzernen. Wählen sie deshalb am Sonntag die Linke, damit es gerecht im Land zugeht. Die andere Parteien, wenn sie sich auf die Linke in der en